Was geht, Freunde? Ich habe heute im Stream endlich mal wieder den Supermarkt-Simulator gespielt. Viele von euch haben es sich in den Kommentaren gewünscht und heute ist es endlich mal wieder soweit. Es wäre langweilig, wenn wir einfach nur so den Simulator spielen würden. Deshalb darf mein lieber Chat heute mal wieder als Kunden in den Laden kommen und witzige Konversationen aufbauen, weil der witzigste Kunde, wie es im Titel schon steht, wird 50 Euro von mir bekommen. Falls ihr wieder öfters Supermarkt-Simulator haben wollt und vor allem auch sowas wie, dass ihr 50 Euro gewinnen könnt, dann lasst auf jeden Fall ein Like auf dieses Video da. Abonniert auch gerne den Kanal, weil viele den Kanal noch nicht abonniert haben und dann verpasst ihr keine Videos mehr. Ich bin täglich live auf Twitch um 18.30 Uhr, also kommt da gerne mal vorbei. Name ist hier eingeblendet und jetzt viel Spaß mit dem verdammten Video. Schreibt Kiwi in den Chat, wer von sich überzeugt ist, dass er die 50 Euro gewinnen wird. Schreibt Apfel rein, wer sagt, nee, wer anders macht die. Chat, nur einer. Nur einer kann sie gewinnen. Chat, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer wir sind, aber 500 Leute könnten reinkommen, dann wird es ausgelost, wer kommt. Chat, also ein bisschen Glück müsst ihr haben. Okay, in der Zeit, Chat, ich muss natürlich für euch erstmal die verdammten Regale ein bisschen auffüllen, okay? Geh auf Werkzeuge. Was? Was hat das jetzt gemacht? Was habe ich? Ich habe gerade irgendein Tablet gekauft. Was habe ich gekauft, Chat? Bann, den weg, der das gesagt hat. Wegen dem Trottel habe ich jetzt 250 Dollar ausgegeben. Drück Tap. Oh mein Gott, ist das crazy. Und dann kauft es sich automatisch. Job, ich nehme alles zurück und modde den Typen doch. Wie viel habe ich jetzt? Muss passen! Passt schon, Chat, alles easy. Kein Geld für die Scheiße jetzt erstmal. Cooler Eintritt, da denkt man, oh, was ist denn das für ein reicher Supermarkt? Geht rein und dann sieht man, ach du verdammte Scheiße, wo bin ich nie gelandet. Ähm, Puderzucker noch, aha, weil falls jemand hier noch einen Kuchen backen will, dann weiß der Nietzsche, bald ist auch wieder... Was ist denn bald? Halloween. Wer backt einen Halloween-Kuchen mit Puderzucker? Sie? Okay. Ferrari! Hier, hier, sie wollen bestimmt hier... Und wir haben gerade Codden4K einen verdammten Mord erlebt. Ja, GG. Und die Tore sind geöffnet, Jack, kommt rein! Kauf zwei, zahl drei ist mein Motto hier im Laden. Wir haben beide auch den Laden neu umbenannt zu dem 1-Cent-Shop. Das ist nämlich schlau, Chat, versteht ihr? Ich erkläre euch jetzt, was dahinter steckt. 1-Cent-Shop aus folgendem Grund. Die Leute denken, alles kostet nur einen Cent. Was aber nicht stimmt, weil der Name steht dafür. Zahlst du mit einem zu hohen Schein, kriegst du alles in 1-Cent-Münzen zurück. Versteht ihr das, Chat? Und der erste von euch kommt, Julik SCM. Enes Loco kommt. Und Sie wollen nicht in meinen Laden, hä? Sind Sie von der Konkurrenz? Von dem mit dem großen P, der an der Reeperbahn steht, oder was? Was? Ja, ja, spionieren Sie das ruhig aus. Schauen Sie ruhig... Pizza ist aufgefüllt, Chat. Ich setze mich an die Kasse. Kasse ist geöffnet. Wie, die Kasse ist geschlossen? Kasse ist geöffnet. Ich wiederhole. Kasse ist geöffnet. Die ersten Kunden könnten sich bitte hierhin bewegen. Okay, wa... Ey, du Kartoffelnasse. Das ist ein Überfall. Hände hoch oder ich knall dich. Okay, Chat, wir verhalten uns ganz ruhig. Wir werden überfallen. Nein, wir machen alles, was er sagt, okay? Ich kann Ihnen aber sagen, dass nicht so viel in der Kasse ist, der Herr, okay? Warum geben Sie mir Geld, wenn Sie mich überfallen wollen? Warum geben Sie mir Geld, wenn Sie mich doch überfallen wollen? Was mache ich jetzt? Die Kasse ist offen. Haben Sie eine Knarre? Herr, jetzt? Wo sind Ihre Knarre? Sie bedrohen mich doch nicht mal, Sie Idiot. Soll ich da auf irgendeinen Knirps reinfallen? 40 Kilo Kampfgewicht? Ja? Oh, ich sehe aber keine. Wo ist denn die Knarre? Dann erzählen Sie mir doch mal, wo die Knarre sein soll. Ich habe keine Angst vor Ihnen. In meiner Hose. Wissen Sie was? Was sollen Sie dagegen tun, hä? 10 Cent in meine Tasche. Ich überfall Sie. Uno-Reverse-Card nennt man sowas. Würde lieber Angst haben? Ja, da gehen Sie ruhig weg. Von da draußen spucken Sie weiter große Töne, Sie Idiot. Nächst. Sie konnten Mehl nicht finden? Sie haben den Nerv, sich zu beschweren. Sie wollen Mehl? Oh, gar kein Problem. Sie wollen Mehl? Gar kein Stress. Warten Sie kurz, warten Sie kurz. Jetzt warten Sie doch kurz. Warten Sie kurz! Was ist das verdammte Mehl? Gebt mir das Mehl. So, Sie wollen Mehl haben? Wissen Sie was? Sie beschweren sich in meinem verdammten Laden. Dann hören Sie mir mal zu, Pampelmuse. Hier haben Sie einen ganzen Kasten Mehl. Was führt Sie um? Ach, du in der Früh in meinem Laden? Dass Sie Tiefkühlpommes kaufen. Ich muss los, hab ein Date mit einem anderen Arbeiter und der hinter mir ist ein Mörder. Chat achtet, der ist ein Mörder. Wir haben Mörder im Laden, okay. Sind Sie von der James-Bond-Kooperation oder was? Security-Firma. Woher wissen Sie die Informationen? Warum haben Sie ein Date mit einem Mitarbeiter von mir? Jetzt warten Sie mal! Wer ist der Name von dem Mitarbeiter? Wer ist es? Er meint, dass du das Date bist? Ach, Wiedersehen, der Herr. Und Sie sind jetzt hier eine Mörderin oder was? Nennen Sie mir Rosa Laser. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich Sie nicht verpfeifen soll an die Polizei. Nennen Sie mir einen Grund, warum ich Sie nicht verpfeifen soll an die verdammte Polizei. Gut. Ich gebe Ihnen noch eine Chance. Ich gebe Ihnen noch mal ein. Eins. Ich rufe an, steht. Mir reicht's. Aufgelegt! Und GG-Chat, sogar die Polizei legt bei mir auf. 2,07 Dollar. Wissen Sie was für die Unannehmlichkeiten, die Sie mir hier geboten haben, sind... Habe ich hier gerade zu viel gegeben? Ich wollte weniger geben. Hören Sie mir zu, Mister. Okay, ich habe einen schlechten Tag. Sie wollen sich zweimal Sprite kaufen? Wollen Sie die Banane-Sprite-Challenge machen, oder was? Wie heißt eine Kuh bei einem Erdbeben? Milkshake. Das ist aber wirklich nicht schlecht. Haben Sie noch einen auf... Haben Sie noch einen auf Lager? Sagen Sie... Haben Sie noch einen auf Lager? Okay, den Namen merke ich mir auf jeden Fall. Der war nicht schlecht. War ein guter Kunde. War ein guter Kunde. Bis dann, der Herr. Oh, das wird nicht gut enden. Oh, das wird nicht gut enden. Zweimal so... So, Kollege Schlitsch. Da Sie schon bereits letztes Mal kein Gönnergy hatten, habe ich die Bremsscheiben aus dem Auto ausgebaut. Bin mal gespannt, wie es sich fährt. Sag mal, wollen Sie mich verdammt nochmal... Wollen Sie mir einen Bär noch binden, oder was? Wie? Sie haben mir die Bremsscheiben aus der Karre rausgenommen? Wegen dem verdammten Gönnergy! Ich habe hier weit und breit keine Beschwerde gekommen, dass hier irgendwie Produkte in Sortiment aufgenommen werden. Jetzt gucken Sie sich doch mal um. Sie können hier eine Billig-Cola kaufen, mit einem Kühlschrank... Und jetzt werden Sie auch noch frech sein. Jetzt hören Sie mir mal zu. Jetzt hören Sie mir mal zu. Mr. James Bond von Wish. Im Anzug. Wofür tragen Sie einen Anzug? Das hat 1030 Grad. Freibadwetter. Und Sie kommen hier mit dem verdammten Anzug rein. Wenn Sie nicht wollen, dass ich mir verdammt nochmal Sie gleich vorknöpfe, okay? und Sie ihr blaues Wunder erleben, dann beruhigen Sie sich ein bisschen. Ich habe hier immer noch das Hausrecht. Ich drehe wirklich noch am... Ach. Mein Kollege steht bereits an Ihrem Auto. Gleich haben Sie keine Scheibenwisch... Ähm. Ja, und O7 ist in Chat für mein Auto, weil ich habe es genau hier geparkt. Sag mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Wo haben Sie mein Auto hingepackt? Mein Auto stand da draußen am Seitenrand. Ich habe es im Abstellverbot abgestellt. Ich dachte, Sie haben nur die Bremsscheiben rausgenommen. Und ohnehin, Sie zahlen hier mit einem 100-Dollar-Schein. Da können Sie mal sehen. So, jetzt reicht mir. Was habe ich jetzt gemacht? Sie kaufen sich hier was mit einem 100-Dollar-Schein ein? Für einen Einkauf der 40... Der 50-Dollar-Koste. Wissen Sie was? Sie schleppen mein Auto ab? Nee, Chat, da kenne ich jetzt auch nichts. Da kenne ich jetzt auch nichts. Wer riecht das hier in einen Cent zurück, ha? Die 100 Euro habe ich aus Ihrem Auto entwendet? Sie haben was? Sie haben was? Damit musste ich meine Miete bezahlen. Ich habe seit vier Monaten meine Miete nicht mehr bezahlt. Ich habe extra noch was... Nennen wir es mal unmoralisch aus der Bank entwendet. Sie verstehen, was ich meine. Seit Handstelle gegenüber. Und Sie nehmen meine... So gesehen zahle ich hier gerade nichts. Ja, da schauen Sie jetzt mal blöd aus der Wäsche, wenn Sie das gleich sehen. Ich hoffe, Sie haben hier einen großen Koffer dabei, ja? Weil wie wollen Sie denn den Stapel gleich wegtransportieren? Weil wenn ich mir so die Muckis unter dem Hemd anschaue... 40 Kilo Fliegengewicht. Selber schuld, Cher. Da muss er auch mal die Selektion lernen, ha? Cher, seid ehrlich. Eins im Cher, wenn es gerechtfertigt ist. Was sagt ihr? Was sagt ihr eins im Cher, wenn es gerechtfertigt ist? Cher, ihr müsst euch beide auch die Situation nicht mehr merken, weil ich lasse euch mit abstimmen, wer der Witzigste am Ende war. Haben Sie noch was zu sagen auf den billigen Plätzen? Ich kann sie ja gar nicht mehr erkennen hinter dem verdammten Cent-Münzen-Stapel. Wissen Sie, was das Rückel, das Sie mir hier geben, reicht nicht mal, um Ihr Auto vom Abschlepphof zu holen? Jetzt reicht es mir. Machen Sie mich gerade fertig dafür, dass ich 20 Euro heute nur verdiene, ja? Kann ja nicht jeder mit einem Anzug von Gucci hier rumlaufen oder wie es heißt, Gacki Gucci. Kommt der hier so ein Polit in meinen Laden für 1000 Euro mit einem Anzug und will mich hier zutexten? Steht noch mein Auto, ja, wahrscheinlich haben Sie daher das Geld, oder was? Mir versagt hier gleich noch die Stimme, Cher, ich gehe hier noch durch. Ich konnte keinen Lauch finden, ah, der ist ja oben rechts in der Ecke. BANN den weg! Ihren Duftbaum habe ich auch genommen, schönen Tag noch. Sie wollen mir gerade sagen, Sie haben meinen Duftbaum genommen. Meinen, meinen Kars Teil 2 Duftbaum haben Sie genommen, den haben Sie eingesteckt. Den habe ich von meiner Ex-Freundin bekommen. Entschuldigung, mein verdammter Kars Duftbaum! Ein Dollar Verwaltungsgebühr. Wie, das ist Diebstahl? Sie haben sogar eine Latte am Zaun! Hat der noch den Nerv zu sagen, das ist Diebstahl und Sie kaufen nun Steak, oder was? Mit Bargeld zahlen Sie. Ein Dollar 90 für Sie zurück. Was haben Sie da gerade gemurmelt? Was haben Sie da gerade gemurmelt? Ich soll mal schneller machen? Na, dann hören Sie mir mal zu, Granny. Wie alt sind Sie, 80 Jahre? Bis Sie von hier aus dem Laden draußen sind, laufen alle Harry Potter Teile ab. Dann verziehen Sie sich auf Ihren verdammten trotteligen Laden. So, hier mit Bargeld wieder ein Dollar für Sie zurück. Haben Sie irgendein... Schneller? Oh, das nehmen Sie zurück. Oh, das nehmen Sie besser zurück. Nehmen Sie nicht zurück? Oh, gar kein Problem. Dann buchen wir von Ihrer Karte 480 ab. Wir haben momentan nämlich 1000% Preiszuschlag. Ja. Wie fandet ihr die? Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? Einen Schein? Warum catcht mich heute solche Witz? Ich bin der Letzte, der über sowas lacht. Ah, ich bin abgerutscht. Aui. Haben Sie noch einen? Wissenschaftler haben herausgefunden. Und sind wieder hineingege... Verziehen Sie sich aus meinem verdammten Laden. Verziehen Sie sich sofort aus meinem Laden. Waren Sie beim KFC Hot Wings essen? Oder haben Sie indisch bestellt? Weil Sir, wofür brauchen Sie zwei gesamte Packungen Toilettenpapier? Und Duschgel. Sir, was haben Sie zu Hause angestellt? Mach schnell, verdammte Axt. Aber noch ein Witz. Treffen sich zwei Jäger? Beide tot. Und dein Auto... Ich versteh's nicht mal. Sag mal, muss man dafür einen zweistelligen IQ haben, um das zu checken? Ich versteh's nicht. Wunderschönen Tag Ihnen noch, der Herr. Sie konnten Mehl nicht finden? Kein Problem, morgen wird's da sein. Sie kaufen um die Uhrzeit einfach nur ein Toastbrot. Beide tot? Weil sie sich gegenseitig abschießen. Oh mein Gott. Wissen Sie was? Wissen Sie was? Für den absoluten Vollidiotenwitz haben Sie Hausverbot! Nähern Sie sich niemandem mehr um 200 Meter Radius an diesen verdammten Laden! Ich dreh durch! Oh, Ihr Arm steht noch ein. Tut mir leid, tut mir leid. Sehen Sie? Sie geben's mir passend. Und wissen Sie was? Ich kann die Kasse nicht finden? Na dann hören Sie mal zu. Sie schauen nämlich auch grad mit dem verdammten Rücken zur Kasse, Karl-Heinz Uwe! Nächster. Okay, 14 Dollar mit... Sie geben mir für einen 14-Dollar-Einkauf einen 100-Dollar-Schätzack! Wollen Sie mich verdammt nochmal verarscht haben, sind alle Latten am Zaun? Was ist denn das für eine Bananenfrisur auf dem Schädel bei Ihnen? Oh, Sie werden Ihre Lektion lernen, okay? Was ist das denn für ein schlechter Laden? So, jetzt schlundspiepe, hä? Sie haben allen Ernstes den Nerv hier zu sagen, was das hier für ein schlechter Laden ist. Hä? Spritzen Sie mal lieber weiter was in die Lippen, okay? Ich dreh noch durch. Ihre Nummer würde ich aber trotzdem nehmen. Und Sie können schon mal Ihre Bodybuilder-Kollegen rufen. Sie 40 Kilo Kampfgewicht, hä? Ich bezweifle, dass Sie die Ärmchen haben, um so viele Sandmünzen zu tragen. Ich mein, der Laden heißt nicht ohne Grund. Der 1-Cent-Shop. Ich hab Sie vorgewandt, Chat. Die Kunden sind selber schuld. Das steht auch bei der Win in den Nutzungsbedingungen. Und wer so absolut blöd ist, Chat, und darauf noch reinfällt, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, Sie lernen daraus Ihre... Ich seh die nicht mal mehr hinter dem Stapel. So klein sind sie. Und? Suchen Sie schon in der Tasche, ob Sie vielleicht doch Ihre Karte dabei haben, hä? Zu spät nennt man das. Sie werden... Ja, dann schauen Sie ruhig ins Nichts. Schauen Sie ruhig raus. Dann kommen Sie nämlich erstmal nicht raus. Dann kommen Sie erstmal nicht raus. Sie sind jetzt hier erstmal gefangen. Ich drehe noch durch. Geht der Stapel wieder aus dem Dach hoch? Warte mal, wie hoch geht der? Oh, es sah gerade nur so aus. Ich dachte, er geht bis ganz hoch. Seht ihr den Stapel? Direkt links neben dem Punkt ist der Stapel. Man sieht ihn ganz leicht, Chat. Er geht mal wieder raus. Er geht mal wieder raus, hä? Schiefenturm von Pisa nach... Was ist eigentlich mit meinem Arbeiter los? Schläft er da auf dem Boden? Ja, wir können... Wirdsbeilig, bezahl sie! Ich drehe noch durch. Okay, Chat. Zeit für Mathematik. Damit ihr euren Eltern auch noch sagen könnt, ihr lernt hier was. Wechselgeld 85,60 Dollar. Wir haben hier aktuell gegeben 85,59 Cent. Wie viel fehlt noch, damit wir ihr den gesamten Betrag geben? Wie viel fehlt noch, Chat? Schreibt's rein. Ein Cent, ein Cent. Falsch, Chat. Wir scammen die Leute. Ich hoffe, das ist eine Lektion für Sie. Haben Sie mich verstanden? Ach, gehen Sie weg. Wissen Sie was? Hausverbot. Hier, hier. Wie ist es aber mein Mitarbeiter? Fritz. Fritz, schreib's auf die Liste. Sie waren... Warum sehe ich so ein gutaussehender Mann an der Kasse? Oh, sorry. Meinte nicht den Lauch an der Kasse, sondern jemand anderen. Seien Sie leise. Ich dreh noch durch. So, und Sie haben jetzt hier Ratten gefunden, oder was? Dann hören Sie mir mal zu. Okay? Hören Sie mir mal zu. Ich schiebe ihn jetzt unter der Hand. Meine Nummer durch. Melden Sie sich bei mir. Weil, wenn Sie wollen, dann kann ich auch für Sie... Dann kann ich auch die Ratte sein, verstehen Sie? Also, dann... Verkackt, Chat. Elris, 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 Elris! Elris! So, und Sie haben jetzt hier eine große Schnauze. Oder eher eine große Lippe, hä? Komm, sagen Sie es mir. Hä? Sagen Sie es mir. Ich hab vergessen, mich abzuputzen und muss schnell nach Hause. Hallo, Sportsfreunde. Dann schießen Sie mal los. Schießen Sie los. So, Sie da hinten, nehmen Sie sich ruhig eine Gratis-Toilettenpapierrolle. Okay, auf die eine kommt es nicht an. Nehmen Sie sich eine raus. Der Kassierer ist langsamer als mein Internet in 1973. Da gab's doch nicht mal Internet! Mach schneller. Okay, ich soll schneller machen, dann verziehen Sie sich. Wissen Sie was? Ich buche jetzt von Ihnen eine Zusatzgebühr ab. Verziehen Sie sich auf meinen verdammten Laden. Mein Freund wartet im Bett. Okay, und Sie wollten jetzt sich noch abputzen, kaufen, aber dann komischerweise kein Toilettenpapier. Willst du mitmachen? Ich erzähl' jetzt einem Witz. Wie nennt man einen Hund, der zaubern kann? Warum kennst du mich? Das ist eigentlich ein Joke! Ich hab noch nie in meinem Leben über sowas gelacht! Ich mein's wirklich ernst! Warum lach ich über sowas? Okay, Pizza, nächste, aha, Barge. Ich seh' aber nicht, was das... Was macht ein Pirat am PC? Sagen Sie's nicht! 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 Verziehen Sie sich aus meinem verdammten Laden. Oh, nach dem Witz haben Sie allen Ernst den Nerv für nen 20 Dollar Einkauf mir nen 100 Dollar Schein wiederzuge... Nein, Chat, es ist jetzt das letzte Mal, vorher nicht dreh durch. Nein, nein. Wissen Sie was, Herr, Sie sind ne ganz Witzige, hä? Hauen Sie erstmal nen Joke raus. Hauen Sie erstmal nen Joke raus. Yo. Okay, Sie werden jetzt die Lektion lernen, Chat. Ne, da krempel ich mir jetzt auch mal die Ärmel hoch. Ne, mir reicht's, Chat, ha? Da, ne, Chat, jetzt halt mir mal ganz genau zu, jetzt reicht's mir. Ja. Ich seh' Sie ja gar nicht mehr hinterm Stapel, hä? Verstecken Sie sich nicht! Schauen Sie ruhig weiter beschämt auf dem Boden. Gibt's nen Problem schon mal, Spur? Oho. Sie rufen jetzt besser Ihre Bodybuilder-Freunde, die diesen Stapel ins Auto schleppen. Hab Unterarme, die du nicht hast? Seid die leise! Respektlos, Chat, ich drehe noch durch! Ich nehm' mir ein Euro Verwaltungsgebühr, okay? Und jetzt verziehen Sie sich, Sie haben Hausverbot. Nächster... Wie, das ist die... Nächster... Steak wollen Sie? Ja, oder Karl 1... Gehen zwei Zahnstocher in den Wald, treffen Sie einen Igel, sagt der eine Zahnstocherer, ey, ich wusste gar nicht, dass hier ein Bus fährt. Schreibt einer noch, ha, 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 in diesen Chat, banne ich ihn weg. Ich wollte in den Origami, das ist japanische Fallkurs... Natürlich weiß ich, was es ist, Kurs gehen. Kast, kannst du aber knicken. So, verziehen Sie sich jetzt hier rauf. Nein, mir reicht's jetzt hier. Mir reicht's jetzt hier. So, ich schreib mir den Typen auch auf, Chat, dass wir ein bisschen Ausvermöglichkeit haben. Hier, Origami-Onkel. Merkt euch den Typen als Origami-Onkel, Chat. Nächster... Okay, dreimal Schokolade heißt, dass Sie Stress mit der Freundin haben, habe ich recht? Ich hab sie nicht mal angefasst! Gehen Sie mit der Schokolade zu Ihrer Freundin, hä? Gehen Sie da hin und biegen Sie wieder alles gerade. Weil, jetzt hören Sie mir mal zu. Hä? Der Grund, warum Sie sie bald verlieren werden, der bin ich. Ich war nämlich die Person. Einer sagt, morgen am Abend. Sag mal, geht's Ihnen noch ganz gut? Was ist denn das? Ist ein Alien? Ich bin nämlich der Grund. Haben Sie mich verstanden? Und jetzt raus hier. Nächster... Zweimal Sushi, hä? Ja, da haben wir wieder einen, der es haben will. Der will es schnell haben. Tut mir leid für Sie, dass Sie so ewig lang in der Schlange warten mussten. Wir haben hier ein paar Komplikationen gehabt, wir haben die aber geregelt. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag. Haben Sie was zu sagen? Gibt's was? Machen Sie mal Überstunden. Oh, was denken Sie, mache ich seit mindestens zehn Stunden hier in dem verdammten Laden? Bargeld her. Ein Dollar für den Einkauf, wissen Sie, was? Ich liebe Sie. Nächster... Verkauf... Sie müssen es nochmal wiederholen. Sie verstehen im Alter. Im Alter versagt auch langsam das Gehör. Das bleibt unter uns, aber ich stehe auf die Frau meines Stiefvart. Ich heiße im Chat Marco, SCM Goated und bin seit acht Stunden im Laden. Yo, bro, seit acht Stunden im Laden und warten, bis er drankommt. Das ist crazy. Nur mal kurz, um uns abzusichern. Mal alle, die hier gerade in der Reihe stehen. Achten Sie mal drauf, wer hier in der Reihe steht. Wie lange stehen Sie schon circa hier in der Schlange? Wie heißt ein Fußballer, der keinen Fußball spielt? 104 Dollar. Verziehen Sie sich und kommen Sie nie wieder mehr. Der wahre Sehle, bro. Mr. Will. Ich weiß, wo du wohnst. Okay. Wo? Oben rechts in der Bude. Nächster? Orangensaft. Sie kaufen einfach orangischen Saft. Guck, du, ich mach einen Witz. Warum hat die Zehn Angst, weil sie in der Mitte von der... Chat, wenn man 50 Euro für den schlechtesten Kunden am Tag geben würde, wäre es er. Geld her oder ich schlag dir in deine Knie. Verkauf meine Knie... Ich habe wirklich einen Dachschaden, ich meine es ernst. Warte mal, ich merke gerade, dass mein Schütt einen Dachschaden hat. Hallo Mar... Okay, ich weiß nicht Margot. Die Alte schickt... ...mich also, mach mal ein bisschen schneller. Jetzt beruhigen Sie sich mal, okay? Ich komme schon in die Pötten. So. Wissen Sie was? Waren Sie nicht der, der meinte, machen Sie eine neue Kasse auf? Dann kommen Sie wo... Na hör mal, dann kommen Sie jetzt mit Klippergeld nach Hause. Haben Sie mich verstanden? Da fallen Ihnen ja gerade die Haare aus. Oh, die sind ja schon weg. Na? Rosier. So, und Sie waren jetzt die Person, die sich hier die ganze Zeit aufgere... Naja, den Nerv habe ich jetzt nicht. Als letzten Kunde habe ich jetzt den Nerv nicht. Wissen Sie was? Die 3 Cent sind Verwaltungsgebühr. Ach, wissen Sie was? Ich gebe Ihnen noch ein Glück. Vielleicht haben Sie dann endlich mal Glück im Leben. Verziehen Sie sich! Umfrage ist live, ihr dürft abstimmen, Chad. Wer war der Witzigste? YouTube, ihr könnt jetzt auch gerne in die Kommentare schreiben, wer ihr sagt, wer der Witzigste war. Chad, ich sage, es ist Kazuya mit einem verdammten Autodieb. Es ist verdammt nochmal Kazuya mit einem Autodieb, glaube ich. Ich glaube, das ist eine eindeutige Abstimmung, Chad. Chad, es waren wirklich witzige Witze dabei, aber Autodieb war wirklich eine kranke Konversation, sage ich ehrlich. Das war wirklich eine kranke Konversation. Ja, Chad, ich glaube, das ist einstimmig. Ich glaube, das ist ein einstimmiges Ding.